Die Ultra-Bestien-Jagd geht weiter. Willkommen zurück, Leute, zu Pokémon Sonne. Anego haben wir gefangen, ja. Sehr schön. Das ging ja relativ gut auf jeden Fall. War zwar ein bisschen langwierig, leider. Hatten halt nicht das optimale Set jetzt dabei, sag ich mal, um das vorsichtig anzuschwächen. Deswegen hat es ein bisschen gedauert, aber hey, ja, das hat schon gepasst, ne. Ist eigentlich super vorangekommen. Jetzt hoffe ich doch sehr, dass wir uns das nächste fangen können, ne. Bist du Neuigkeiten für mich oder bist du hier, um Informationen einzuholen? Ja, ich habe meine Mission natürlich abgeschlossen, das letzte Mal. Ausgezeichnet, hervorragende Arbeit. Ich rufe sofort meine Chefin und erstatte ihr Bericht. Wunderbar, ja. Okay, das muss man also immer so melden. Na, sehr schön, sehr schön, ey. Ich freue mich schon richtig, wenn ich die alle habe, ne. Das wird super. Na, wir haben die Daten der Ultra-Bestie, die du gefangen hast, an das Hauptquartier und an Pia weitergeleitet. Das war gute Arbeit, Chris. Damit kommen wir der Lösung des Rätsels und man Ego einen großen Schritt näher. Auf jeden Fall sind wir dir zu Dank verpflichtet, Chris. Um den großen Erfolg deines ersten Auftrags und deinen Beitritt zu unserer Einheit zu feiern, würde ich dich gerne auf ein Essen einladen. Diese Insel hat einige ordentliche Restaurants zu bieten. Woher weißt du das denn? Wir sind doch gerade erst nach Alola gekommen. Äh, das habe ich in einer Zeitschrift aus dem Pokémon Center gelesen. Jedenfalls gehe ich mal eben nachfragen, ob diese Restaurants auch liefern können. Yeah. Also wirklich, LeBelle. Ach, fast hätte ich es vergessen. Ich habe noch eine Neuigkeit für dich. Der ursprüngliche Plan sah vor, die Ultra-Bestien der internationalen Polizei zu überlassen. Gerade eben habe ich allerdings die offizielle Erlaubnis erhalten, sie uneingeschränkt in deine Opus zu übergeben, Chris. Es hat zwar einen kleinen Papierkrieg verursacht, aber im Hauptquartier wären die Ultra-Bestien ohnehin nur zu Versuchsobjekten geworden. Ich glaube, bei dir sind sie in besseren Händen, Chris. Na, wie sieht es aus? Ultra-Bestie! Was, was steht jetzt schon wieder? Sorry, es ist einfach eine blöde Angewohnheit. Aber wir haben ein Problem. Es geben Berichte vor, laut denen eine weitere Ultra-Bestie gesichtet wurde. Diesmal treibt sie wohl auf Mele-Mele-Unwesen. Sieht aus, als müssten wir unser Essen auf später verschieben. Oh je, oh je. Verstehe. Machen wir uns sofort auf den Weg nach Mele-Mele. Jawohl, Chefin! Wir schlagen unser Lager in einem der Motels von Mele-Mele auf. Chris, ich würde dich bitten, zu uns zu stoßen, sobald du bereit bist. Auf nach Mele-Mele, Chris, wir zählen auf dich. Du findest unser Motel in der Nähe von Route 2 auf Mele-Mele. So, alles klar. Dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Ja, Mele-Mele, wir kommen. So, okay. Richtung Route 2. Ach ja, das ist ja super hier. Wo ist das hier genau? Vegetationshöhle vielleicht? Vermute ich mal. Naja, sehen wir mal. Also gut, es geht auf jeden Fall los, Leute. Ja, schwupp. So, Route 2. Hier waren wir sicherlich auch schon lange nicht mehr. Wo geht's denn jetzt hin? Geht es denn jetzt zur Vegetationshöhle? Ich vermute es ja fast mal, oder? Hm, merkwürdig. Oh, da kommt man auch nicht vorbei. Schade. Oh Mann, ich will dich schon wieder Topschutz benutzen müssen. Oh nein, warum sind hier noch Tränen? Ach, Mann. Na gut, von mir aus, Leute. Ja, ja, dann hau mal dein Pokémon hier raus. Ein Wommel, schön für dich. Ja, es mag putzig sein, aber ich fürchte, es wird keine Begegnung mit uns überleben. Oh Mann, wie ich sowas hasse, ey. Okay, es wäre so cool, wenn einfach so zum Beispiel nach der Top 4 einfach das Niveau aller Trainer automatisch total angehoben werden würde. Ja, oder eine Kraftreserve raus. Und gut, das... Wäre das nicht super? Das wäre auch zum Beispiel sowas, ja, dass du dann richtig starke Tränen einfach überlässt, dass es zumindest das mehr Spaß macht, ja. Aber es sind halt immer noch teilweise einfach Tränen mit ihren Level 9 oder 10 Pokémon und denkst dir, ja, toll. Das ist ein bisschen unnötig, wenn ich hier story-technisch vielleicht noch irgendwas erledigen muss, wie hier zum Beispiel den Ultrabestien. Vielleicht geh jetzt einfach mal da rein. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Vermute es mal. Hm, das klingt jetzt aber irgendwie anders. Aber hier drin gibt es wahrscheinlich sogar noch eine TM oder so, die ich mir holen kann. Das kommt mir gerade nämlich auch so. Aber auf jeden Fall sollten wir mal den Top-Schutz wieder aktivieren. Stopp, da bin ich hier falsch. Top-Schutz, Top-Schutz, Top-Schutz. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oh Mann, ey. Ey, ich habe viel zu viel Zeugs dabei. Oh mein Gott, ey. Ei, 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 ei. Leute, habe ich überhaupt noch einen Top-Schutz, oder? Achso, ich habe wahrscheinlich erst einen nachgekauft, ja klar. Aber, Gott, da sind noch die ganzen Discs, ja. Haben wir ja dann natürlich auch bekommen. Ach komm, das gibt es doch jetzt nicht, oder? Da ist der Top-Schutz. Ich bin tatsächlich drüber. Eigentlich sollte ich mal das Inventar sortieren, ne? Das wäre eigentlich mal eine ganz gute, sinnvolle Sache vielleicht. Ich weiß ja nicht. Boah, nein. Weißt du, dann gibt es trotzdem noch sowas. Ah, wie ich sowas hasse. Nein. Warum könnte nicht euer Niveau wenigstens höher sein oder irgendwas Tolles Neues auftauchen? Ich weiß noch nicht mal, ob ich hier richtig bin. Ich vermute es jetzt einfach mal, ja. Hat irgendwas von Route 2 geschwafelt. Also, von daher. Ich glaube aber nicht, dass es stimmt, ehrlich gesagt. Aber ich denke mir gerade, da wir hier schon lange nicht mehr waren. Hier ist übrigens der Moosstein. Ich sollte ihm auch mal einen Vollipurbau holen. Kommt mir gerade so. Da wir hier schon lange nicht mehr waren, müsste es, denke ich, auch irgendwas geben oben, was wir mit dem Pokémobil klären können oder so. Da war nämlich, glaube ich, mal irgendwas, wo wir das noch nicht hatten, diese Möglichkeit. Und von daher, vielleicht kriegen wir noch irgendeine nette TM oder so. Das kann natürlich auch ganz gut sein. Und von daher, ne? Gefällt mir das eigentlich ganz gut. Aber sehen wir mal. Ziemlich lästig, weißt du? Du haust deinen Schutz raus und dann gibt es halt trotzdem noch diese Events hier. Ich meine, das macht man ja auch nicht umsonst, weißt du? Oh Mann, ey. Da komme ich auch nur zu Fuß drüber. Das sind teilweise so Kleinigkeiten, die mich stören. Das ist nichts Großes. Ah ja, sieh mal eine an. Ja, da sind wir, glaube ich, früher nicht durchgekommen, nämlich. Das ist aber sehr lange her, aber... Jetzt holen wir das auch mal nach und kriegen Raub. Naja, ist auch eine nette TM. Durchaus. Kann man was damit anfangen, wenn man möchte. So. Sehen wir doch mal. In der Nähe von Route 2. Was ist da eigentlich noch so alles? Das hier wäre noch in der Nähe. Na, gehen wir da mal hin. Er hat doch irgendwie gemeint, dass da in der Nähe was wäre, aber... Ich hätte es noch mal genau lesen sollen, ja. Naja, zwischen 2 und 3 wäre zumindest das Blumenmeer. Das wäre vielleicht noch ein Anhaltspunkt. Mal sehen. Ja, das wäre so ziemlich genau praktisch dazwischen. Sehen wir doch mal. Vielleicht haben wir Glück. Naja. Die Musik klingt hier aber auch nicht anders, ne? Oh Mann, das nervt mich alles irgendwie ein bisschen. Keine Ahnung. Ne, man sieht die ja auch nicht. Ist ja Quatsch, ne? Oder tauchen die jetzt hier irgendwo auf? Nein, ich will es mal nicht einsetzen. Ne, das ist die normale Musik. Komisch. Irgendwas habe ich wahrscheinlich falsch gelesen. Oh Mann, ey. Bitter. Dann fliegen wir doch mal zurück, Leute. Sorry, ja. Oh Mann, ey. Ah, das nervt, wenn ich wohl nur an der Spitze habe. Aber ich will das halt für die ultrabestigen Kämpfer an der Spitze haben, um halt Schaden rauszunehmen. Ja, ja. Wir fliehen, meine Güte. Wir gehen noch mal kurz zurück, ja? Komisch. Was haben die da gemeint? Weil auf Route 2 war doch eigentlich nur das Pokémon Center, oder? Das steht hier auch so, ne? Die würden doch nicht das Pokémon Center meinen. Ich fliege jetzt noch mal hin. Aber, hä? Ja. Oh Mann, ey. Jetzt fühle ich mich gerade so richtig bekloppt gerade. Keine Ahnung. Oh je. Ja, ich hätte das wirklich nur noch mal sinnvoll durchlesen sollen, ne? Schrecklich verplant heute. Aber sehen wir doch mal. Also. Hier ist jedenfalls keiner. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Also, wisst ihr was? Ich fliege jetzt noch mal zurück. Und er sagt mir hoffentlich Bescheid, wo wir hin müssen. Sonst bin ich so ein bisschen am Austicken. Also noch mal hier hin. Oh Mann, oh Mann. Sehr bitter. Und da wären wir wieder. Boah, diese lange Animation. Das ärgert mich übrigens auch im Spiel, dass man viele Animationen einfach nicht überspringen kann. Das Fliegen zum Beispiel wäre sehr praktisch. Und auch Z-Attacken sind auf Dauer so nervtötend, wenn ihr dich überspringen könnt. Auf nach Mele, Mele. Christ, wir zählen auf dich. Du findest unser Motel in der Nähe von Route 2 auf Mele, Mele. Wirklich? Da habe ich mich vorhin nicht verhört. Hä? Aber da ist doch kein Motel. Bin ich jetzt total bescheuert? Anscheinend irgendwie ein bisschen. Momentchen, Leute. Route 2 ist ja ganz schön groß. Ach, das ist auch noch... Wow. Das ist ja alles Route 2. Ach so. Doch, dann kann das sein. Ja, da war was. Da waren Gebäude. Ach so, Route 2. Der hat gigantisch. Okay. Ja gut, das ergibt dann natürlich Sinn. Dann gehen wir erstmal zu diesem Friedhof hier und von dort aus einfach Richtung Westen. Und dann sollte das doch hinhauen, oder? Oh, hier ist auch noch ein Item. Aber ist auch egal. Ja, hier ist glaube ich das, was er meint. Oh Mann, ey. Völlig an mir vorbeigegangen, Leute. Oh Mann, oh Mann. Warum wechselt ihr das eigentlich auch das Motel? Ganz im Ernst. Was soll das? Ah ja, da ist er ja. Wow. Also, wie sieht's denn jetzt aus, oh? Kommen wir heute noch zum Ultrabästienkampf. Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, Chris. Lebel ist gerade unterwegs, um Informationen zu den Ultrabästien zu sammeln. Ich mach derweil eine Pause und warte auf meinen Besuch. Besuch? Ich weiß nichts über seine Identität, aber angeblich weiß er etwas über die Ultrabästien. Uns darf kein noch so kleiner Hinweis zu den Ultrabästien durch die Lappen gehen. Es kann aber noch dauern, bis er hier ist. Also, wollen wir uns nicht ein bisschen ausruhen? Normalerweise habe ich Lebel schon die ganze Arbeit aufgehalst. Mal ganz unter uns. Ich ziehe den Hut vor Lebels Enthusiasmus und Durchhaltevermögen. Selbst in unserer Eliteeinheit gehört er noch zu den Besten der Besten. Ich kann mich glücklich schätzen, so einen kompetenten Mitarbeiter zu haben. Ach, wen haben wir denn da? Yasu? Ich bin mal so frei. Du? Oh Mann, dieser Typ. Das ist ein komischer Kauze, alles klar. Yasu, was für eine Überraschung. Ich freue mich ja wirklich, dich zu sehen, aber was genau machst du hier? Na, ihr wollt doch mehr über diese Monster wissen, oder etwa nicht? Die Monster? Ach, du warst also derjenige, der mit uns Kontakt aufgenommen hat. Ja, aber nicht freiwillig. Ich wurde von den anderen Inselkönigern zu verdonnert, weil ich eine unserer Sitzungen verschwitzt hatte. So sieht's aus, Junge. Kennt ihr euch etwa? Jemand nimmt. Du sagtest, du hättest Informationen zu den Ultrabästien auf dieser Insel. Selbst gesehen hab ich nichts, nur Gerüchte gehört. Und wirst du uns auch davon erzählen? Angeblich hält sich einzig dieser Monster, Mele, Mele, Blumenmeer, auf. Und zwar in doppelter Ausführung, wenn man den Berichten Glauben schenken will. Wie lautet noch gleich euer Codename? Xpander, glaub ich. Oh. Xpander, die Beziehung zwischen den beiden. Okay. Kann ich da zwei fangen? Das ist ja cool. Einen Moment, wie kommst du an so geheime Informationen heran? Ist doch unwichtig. Wichtig ist, was ihr daraus macht. Zwei Stück, ha? Cool. Ja, so war mein Vorgesetzter bei der internationalen Polizei, als ich noch neu war. Unser Wiedersehen hatte ich mir anders vorgestellt. Wenn der so recht hat, haben wir es diesmal mit mehreren Ultrabästien zu tun. Eine verzwickte Situation. Wir müssen so schnell wie möglich handeln. Ultrabästie! Lebell, wie oft denn noch? Sorry, aber meine schlechte Angewohnheit sind jetzt eben Sache. Ich hab mehrere Berichte vorliegen, nach denen Ultrabästien gesichtet wurden. Und zwar hier auf Mele, Mele. Es ist alles nicht, um UB-Xpander, unsere Berichten zu folgern. Brutales Wesen mit grässlichen Körpern. Und zu allem Unglück sind es auch noch zwei, die sich Mele, Mele, Blumenmeer aufhalten. Also stimmen seine Informationen tatsächlich. Im Wesen, in der Information habe ich irgendwas verpasst? Nein, nein, das ist schon gut. Danke für deinen Bericht. Lebell, Chris macht euch besser gleich an die Arbeit. Ich werde in der Zwischenzeit das Gebiet um die Stadt herum absichern. Chris macht dich auf den Weg zum Ort des Geschehens. Lebell, du bleibst wieder hier und gibst uns Rückendeckung. Moment, kann ich diesmal nicht? Du musst verstehen, dass ich dich ohne ein Pokémon an deiner Seite nicht einer solch gefährlichen Situation aussetzen kann. Tut mir leid. Außerdem ist es wichtig, jemanden mit viel Erfahrung als Rückendeckung zu haben. Gerade deswegen überlasse ich diese Aufgabe dir, Lebell. Na gut. Na, was denn nun? Ich mache mich auf den Weg. Hals- und Beinbruch, Chris. Viel Erfolg, Chefin! Chris, das ist für dich. Fräulein Pia hat es mir überlassen. Ach, noch mehr Ultra-Bälle. Okay, ich habe eh nur einen gebraucht. Ich habe mir schon ein bisschen Sorge gemacht, dass das mal knapp werden könnte, wenn ich alle fangen will. Aber okay. Wir haben erfahren, dass die Datenanalyse von Aneo, Code Nemt Marotza, abgeschlossen ist. Wenn du mehr über es erfahren willst, kannst du dich an Fräulein Pia in den Geheimlaboren des Etta-Paradieses wenden. Also gut, machen wir uns an die Arbeit. Ich bin hier, weil du Hilfe brauchst. Alles klar. Dann gehen wir mal los. Endlich, ja. Haben wir ein Ziel vor Augen. Meine Güte. Was für ein langer Einstieg. So, ohne größere Umschweife. Sofort nach Mele, Mele. Da war ich da auch schon richtig. Sehr schön. Schwupp. Also auf geht's. Ja, zwei Stück, ha? Na, damit werden wir hoffentlich fertig. Mal sehen. Ich bin doch zuversichtlich, ja. Auf geht's, Leute. Huh. Na, jetzt ist die Musik auch anders. So muss das sein, ja. Aber hier ist erstmal nur was Normales, okay. Also platzt man eventuell nicht gleich sofort rein. Das letzte Mal, sonst ist das ja passiert und ich war ein wenig verdutzt, ja. Das dem so war. Es ist wirklich lästig, etwas mit Hagelalarm an der Spitze zu haben, weil du kannst halt so lange nicht aus dem Kampf fliegen. Das ist der Wahnsinn. Bis dann erstmal der Hagel da ist. Das geht dann. Dann geht's ja. Oh nein. Dauert's diesmal ein bisschen länger, ha? Da hatte ich wohl echt ein bisschen Glück das letzte Mal. Oh Mann. Das ist ja doof. Aber gut, was müssen wir machen, ne? Ja, ich weiß. Hagelalarm. Freu dich. Ist schön, ich weiß. Aber wir sind dann mal weg, ja. Allerdings sind wir das. Komm schon. Ja, ist das diesmal nicht hier in der Wiese, oder was? Ich mein, drei Kämpfe jetzt schon. Okay, ich weiß nicht, wie hoch die Chance ist. Das wundert mich nur. Vor allem, weil er gesagt hat, ja, es sind ja zwei Stück auch noch, ne? Ich denk mal nicht, dass diese Ultrabästchen so klein sind. Die wird man ja wohl sehen, ha? Irgendwo. Also bitte, ja. Bitte lass mich das in diesen Part noch mit einbringen können. Das ist mir sehr, sehr wichtig, ja. Das zu zeigen. Oh Mann, ey. Spiel. Come on. Wirklich. Ist das dein Ernst, hm? Ach, warte mal. Topschutz vertreibt doch nur alles im Prinzip, was ja niedriger ist, ne? Ich schätze aber mal, dass die über... Die Ultrabästchen noch über uns sein könnte. Leveltechnisch. Dann wäre sogar ein Topschutz ganz angebracht, glaube ich. Ja, ja, genau. Das könnten wir eigentlich tatsächlich ausprobieren. Also so ist doch... Also Schutz hat ja immer diese Zusatzbedingungen mit drin eigentlich. Ich wusste es, ja. Ja, das ist wahrscheinlich sogar ein ganz guter Trick. Um das rauszufiltern. Um schneller zu sein. Uh, du siehst ja verdammt cool aus, ey. Wow. Wow. Okay, du bist auf jeden Fall Kampf. Kampfkäfer. Kampfkäfer. Oh Gott. Ja. Also so sieht es auf jeden Fall aus, ja. Meine Güte. Krass, ey. Krasses Teil. Das sieht ja echt nice aus. Richtig cool irgendwie. Natürlich haben wir eine Kampfschwäche. Das ist irgendwie schlecht. Aber ich hau trotzdem erstmal einen Schleier raus. Schneller sind wir auf jeden Fall. Das ist ganz gut. Aber wir werden wahrscheinlich jetzt gleich weggenatzt werden hier. Oh Gott. Ein Wuchtschlag, ja. Na, nicht mal. Okay. Ach, das stimmt natürlich. Ich denke gerade an Eis. Aber wir sind ja eine Eis-Fee. Das ist ja natürlich sowieso ganz gut, ne. Guckt mir gerade ja so. Ah, naja. Wenn du, wenn du, wenn du Kampf bist. Ganz im Ernst. Okay. Mein, 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 mein Knogger könnte zu viel des Guten sein. Ja. Es ist wirklich Hardcore. Aber mal sehen. No. Wie wir uns da schlagen. Tja, hat keine Wirkung auf Knogger. Tut mir leid. Aber ich muss echt aufpassen. Weil das meiste könnte echt zu krass sein. Weil Knogger, das hat schon einen Angriff. Das ist, das ist heftig, ey. Na gut. Einen Schattenknochen würde ich schon nicht erledigen, ja. Anfallen. Was ist das denn? Nicht sehr effektiv auf jeden Fall. Aber ganz gut, wenn der Angriff sinkt tatsächlich. Mal sehen, wie viel das macht. Ach, das geht ja. Ja gut. Gut, so können wir dich wirklich ein bisschen anschwächen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dann soll Knogger mal ein bisschen was erledigen. Okay, finde ich gut, finde ich gut. Anscheinend hat das Teil auch eine relativ gute Defensive, oder? Schätze ich mal. Der Schattenknochen ist ja trotzdem eigentlich ganz gut. Vor allem mit dem Step. Na ja gut, wir haben jetzt den Angriff schon mittlerweile sogar um zwei Stufen gesenkt, ne. Jetzt ist es doch vielleicht ein bisschen langsam. Aber wenn ich jetzt mit dem Knochenmarrang hier anfange, dann weiß ich nicht, ob das nicht schon wieder zu viel des Guten ist. Das ist halt das Problem, ne. Der Knochenmarrang ist schon auch verdammt stark einfach. Sollte irgendein Volltreffer vor allem drin sein, dann... Ahahaha. Ist das besonders lustig, ja. Also lassen wir das mal schön. So, unser Angriff vergeht aber immer weiter runter. Vielleicht haue ich doch mal den Knochenmarrang raus. Ja, ich denke, wir hauen den Knochenmarrang raus. Jetzt hat es auch aufgehört zu hageln. Müsste halt nur sehr aufpassen, ja. Wir müssen nicht, dass es zu viel macht. Wobei, ja, wir haben ja theoretisch zwei Chancen, ja. Ich brauche ja nicht unbedingt zwei. Eins will ich auf jeden Fall aber haben. Ach, warte mal, ist es nicht so effektiv. Oh. Nicht ein Held. Flammenblitz. Ah, 120. Wir können es schon mal probieren. Jetzt macht mir der Recoil gerade auch nicht so viel. Ganz im Ernst. Ist mir jetzt egal. So. Hau nochmal drauf hier. Das ist aber hoffentlich nicht zu viel des Guten. Wow. Krass, okay. Überhaupt nicht. Das kümmert ihn ja kaum. Das kratzt ihn nicht mal, ja. Na, dann mach weiter mit Flammenblitzen. Aber wahrscheinlich ist einfach unser Angriff mittlerweile derart niedriger. Ja, ich meine, jetzt sind es vier Stufen oder sogar fünf, also da geht dann wirklich nichts mehr. Auch wenn Alola Klocka ja eigentlich ultraoffensiv ist, vor allem mit Kampfknochen, ja. Das ist schon richtig krass eigentlich normalerweise. Okay, wegen der Spezialfähigkeit der Ultrabästien müssen wir auch noch ein bisschen aufpassen, ne. Das ist ja auch sehr gefährlich. Das Teil sieht aber auch echt lustig aus. Muss ich mal so ganz nebenbei noch erwähnen. Du bist, glaube ich, nicht schlecht noch, ne. Dich kann man auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut einsetzen. Jo, mach das mal. Kommst raus. Hier. Ein Azumara. Macht wieder anfallen, aber ich denke, so eine Wasserdüse dürfte nicht schaden, ne. Sehen wir doch mal. Einfach nur schön anschwächen, schön runterschlagen und gut das erste Mal. Mal sehen. Ja, also defensiv muss es ja wirklich sein, ne. Das ist der Hammer. Und da kommt auch schon der Hammerarm dementsprechend. Initiative sinkt. Das ist sogar relativ schön. Hm, hat es wohl noch ein Item? Ich denke nicht, oder? Eher unwahrscheinlich. Jo, aber wir sind ja eigentlich... äh, sehr gut mit dabei, ja. Ich will jetzt eigentlich nicht zu Farb-Igel wechseln. Das sollte wirklich so eingewechselt werden, dass wenn jemand gerade abkratzt, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Knuddler könnte zu viel des Guten sein. Naja, wir können das schon mal probieren. Aber es ist grenzwertig. Unser Angriff ist ja um eine Stufe gesenkt. Yep, das ist es allerdings. Oh, abgewehrt, oh? Ja, weißt du was? Wenn du abwehrst, dann... Ja, fangen wir mal an, hier Ultra-Bälle zu schmeißen. Klingt nach einem sehr guten Plan. Bin ich dabei. So. Und... Eins. Schade. Da ist er schon draußen. Da kommt der nächste Wuchtschlag, der wird uns wohl auch umhauen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber okay. Ist nicht so schlimm. Außer halt der Bestien-Boost, der ist vielleicht ein bisschen lästig, aber okay. Von mir aus... Kein Thema, ja. Sind Ultra-Bestien eigentlich gebannt vom Kampfbaum? Die wären vielleicht auch noch interessant. Das kommt mir gerade so. Ich habe mich über Ultra-Bestien kaum informiert, ehrlich gesagt. Kontakt. So. Alles klar. Es schläft tief und fest. Das ist natürlich auch sehr schön. Dann würde ich sagen, schmeißen wir den nächsten Ultra-Ball und hoffen, dass es funktioniert. Ja. Wäre sehr, sehr schön. Ich würde nicht ganz, ganz viele Ultra-Bälle raushauen. Eins. Zwei. Drei. Na, 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 na. Jawoll. Wunderbar. Ja, das hätten wir also auch, ne? Hier immer noch Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen da steht. Achso, stimmt. Ich habe den EP-Teiler wieder eingeschaltet. Mittlerweile zum Trainieren ist es dann doch etwas angenehmer, ne? Nicht, dass sich jemand wundert. So, Mosquito. Ich denke, das kann man jetzt auch, ne? So, sehr schön. Mosquito. Eine Ultra-Bestie aus einer anderen Welt. Niemand weiß, ob sie ihren Körper aus Stolz oder zur Abschreckung stellt. Vielleicht beides, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es ziemlich awesome aus irgendwie. Meine Güte. Interessante Texturen so. Es verbleibt eine weitere Ultra-Bestie. Tatsächlich. Also gibt es dann hier auch wirklich zwei, die wir fangen können. Das ist ja cool. Aber wenn ich das andere jetzt wahrscheinlich eher Offscreen erledige. Damit wir dann direkt mit der nächsten weitermachen können. Muss ich mal sehen, was ich da mache. Aber wie auch immer, Leute. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part von Pokémon Sonne. Untertitelung des ZDF.